Bertolt Brecht, der Autor, übrigens gestorben in der österreichischen Staatsbürgerschaft, was immer noch zu wenige Leute wissen. Und die Melodie ist von der tollsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, schon wieder ein Österreicher, Hans Eisler. Und das Lied ist aus der Mutter Courage. Und es ist nämlich das ermutigende Lied. Angrund der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser bekraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. In Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne. Der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher auch wie blutige Hänge. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Angrund der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser bekraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. In Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Welcher Tag? Welcher Tag? Unser Tag. Danke fürs Kommen. Applaus ... Vielen Dank.